Knollr War der falsche Oder? Nee, will er nicht Aber sonst geht das Ja, doch Da komm ich aber nicht hin, oder? Musst du mal Würfel hinstellen, oder? Warte Nee, das schaff ich nicht Ja, mach mal Das schwebt nach oben Okay, oder das geht auch, genau Das haben wir nämlich gerade eben ausprobiert Das haben wir nämlich gerade ausprobiert Dass Knollr so hoch springen kann dann Da musst du nur noch hoch gehen So Jetzt musst du dir da unten Oh, ja okay, das geht auch Okay, war ganz einfach Pass auf, da oben ist Feuer Hab das doch abgeblockt Warte, warte, ich komm hinter dir her Oh, nicht da durchlaufen Oh, das war ja wieder geschickt So, haben wir geschafft Aber da oben ist Erfahrung Ah, dann hol die mal noch schnell Und nimm mal dein Ding ins Wie heißt es, deinen Warte Bogenschützen Oh, jetzt muss ich Ey Das sah überhaupt nicht so aus, dass der mich trifft Hier, regnet's Sieht cool aus, das Wasser Hast du die Erfahrung geholt? Ja, hier war noch mehr ein bisschen im Hintergrund Okay Oh Gott Ich freue mich weiter, ne, oder? Nee So Oh, hier unten ist auch noch Erfahrung Warte mal, ich will das mal alles Okay, ich hab hier auch eine Erfahrung wohl gekriegt Oh, jetzt bin ich tot Und hier sieht's gefährlich aus Okay Oh, ich bin auch tot Jetzt musst du uns retten Pass auf Pass auf, das klappt runter und da kommt Feuer Da unten ist der Spoin Ha Wie heißt das? Spoin Point Spawn Punkt Spawn Punkt, genau Ich war da etwas schwierig gerade unterwegs Oh, die haben eine Rüstung Okay Okay, nicht mehr Euro-Palette, jetzt Rüstung Wie bist du denn da hochgekommen? Ich bin da drauf gesprungen und nochmal gesprungen Okay Und das ging? Ja Oh, ja, da kann man richtig einen Satz machen Äh Jetzt Gut Okay Okay Nee, das hat nicht gereicht Kannst du den weiter rüber ziehen noch? Na komm schon Was machst du denn da unten? Man hört nur so klimpern Ey, hab ich das mal nicht kaputt gemacht Äh, ich bin aber kaputt gegangen So, warte Ach, die gehen automatisch da runter, oder? In einem bestimmten Takt, so wie es aussieht. Jetzt muss ich nur den Takt sehen. An wo der zweite geht runter, oder wie sehe ich das? Nein, der erste geht auch runter. Bis jetzt noch nicht. Doch, ich glaube, jetzt gehen die beide runter. Oder? Nee. Warte mal. Wir müssen jetzt hier schlau spielen. Schlau spielen, genau. Ich gehe mal los. Ich gehe mal gerade zum Spawnporn zurück. Und hole es noch bei dem Magier. Da oben ist auch eine Flasche, sehe ich gerade. Ja, deswegen. Aber da musst du doch oben an den Holzbalken kommen. So, wir müssen jetzt hier hin. Geh doch mal oben links an den Holzbalken dran. Geht nicht. Wie bei uns ist doch ein Holzbalken, oder nicht? Ja, geht aber nicht. Geh mal bitte hier hin, wo ich auch stehe. Ja, kommt mal. Wenn ich doch dann so mache, dann müsstest du doch da vielleicht dran kommen, oder nicht? Probier doch mal. Warum bin ich denn jetzt wieder runtergefallen? Ja, ich habe gar nicht gewechselt. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Das ist ein Metallbalken, wenn ich das... Oh. Nee, was war's? Ja, da sollte man voranlaufen und nicht so... Ja, das kann ich doch nicht wissen. Ich sehe das von da unten. Ich solltest du vielleicht Bescheid sagen. Sag. Wo ist denn der Ding ins? Du musst ja nochmal hoch. Du musst nochmal herkommen. Aber am besten nicht springen, wenn das das Teil unten ist. Ja. Schon klar. Nein! Ach, da ist zum Glück noch so ein... Oh. Es war ja klar. Oh, das ist nicht wahr, ne? Drauf springen und dann hoch springen. Dann nochmal A drücken. So. So. Nein. So. Hat geklappt, ja. Kommst du jetzt ganz rüber, oder? Oh. So. Nochmal. Geht wahrscheinlich auch ohne mich, oder nicht? Schnell. Und. Aua. Immer springt er mir auf den Kopf. Ah. Egal, mach ich mir den Magier. Okay. Jetzt hast du. Super. Bist schon ein großer, ne? Ich bin hier. Gut. Warte, ich geh gleich nochmal zurück zum Spawnpoint. Ich will nochmal den... ...Bogen schützen. Warum... Warum geht die Klappe nicht wieder hoch? Ist das aber doof jetzt. Die zweite Klappe geht jetzt nicht hoch. Jetzt. Oh, war das gemein. So. Schild nach oben. Und jetzt runter nachher laufen. Schildkröten. Schildkröten-Taktik. Oh, das war doof. Oh. Ich geh nochmal schnell. Ja, mach du mal schnell und du vorsichtig. Oh, da hab ich auch nicht mit gerechnet. Ich hab gesehen, dass das zwar was war, aber... ...was das war... ...nein, die Klappe geht weg. Ja, geh nochmal zum Spawnpoint. Ja, ich bin da. So, jetzt rüberspringen. Ja, aber die Klappe geht weg. Ich will... Nein! Ach nee, das ist ja ein Sprungding. Gott, okay. Vielleicht kommen wir ja mal irgendwann hier weiter. Boah, das war knapp. Ist grad runtergegangen. Okay. Nein! Oh, doch geschafft. So, jetzt möchte ich aber überleben. Das ist nicht wahr, oder? So, jetzt musst du nur nochmal hinkommen. Äh. Aber nicht die töten. Jetzt laufen. Nein, ich hab Angst. Jetzt. Und wo geht's weiter? Unten. Okay. Passiert mir da auch nix? Nein, das Wasser. Okay, also kann ich doch ertrinken. Oh. Irgendwas tat da weh gerade, ne? Ja, haltet sich dran. Ich brauche irgendwie Luft. So, du drückst den Hebel. Wo ist ein Hebel? Ach, kann ich auch. Nee. Kannst du auch? Nee, kann doch nur der Magier, oder? Ach nee, muss man ja... Du musst den anpacken, oder? Nee, das muss man mit dem Dings machen. Okay, schnell hoch. Dann kommst du an die Dinge. Okay, ging auch wohl so. Ja, ich könnte vielleicht eine Hilfe gebrauchen. Wieso? Mach doch den Hebel nochmal jetzt rum. Ach, da ist ein Fahrstuhl. Wie weit geht der denn noch? Oh, jetzt hat er mich getötet, weil du nicht reagiert hast. Jetzt bist du auch tot. Oh, ja. Jetzt sind wir tot. Ja, das Ding geht immer weiter hoch. Ja, ist klar. Ja, ich weiß nicht, warum du den Hebel nicht wieder betätigt hast. Dann wäre das Ding wieder runtergegangen. Du musst gleich kommen, dann können wir weitermachen. Oh, warte, du musst jetzt hier die Mine hochheben. Und dann mach ich das. Herlauf! Kannst du drunter herlaufen? Ja, hab ich gemerkt. Kann ich so drunter herlaufen. War auch wieder verletzt. Die Euro-Palette geht runter. Das kann ja eigentlich nicht sein im Wasser, ne? So, da kommt jetzt... Der Hebel ist schon benutzt. Okay, das Ding fährt jetzt ganz nach oben. Und oben ist voll doof, ne? Burg, wenn ich jetzt das so mache, passiert nichts. Passiert nichts, okay. Ich dachte, der kommt dann wieder zurück oder so. Ach, der hat keinen. Ja. Du musst warten, bis der Fahrstuhl runtergegeben ist. Und der geht ganz hoch und da oben brennt es überall, ne? Und man kann auch so hoch. Aber, äh, wie gesagt. Da ist überall Feuer. Jo. Lebst du noch? Ja, ich bin schon... ... oben. Das Skelett hat mich hier runtergeschmissen. Geschmeißt. Oh, super. Ich hab ein Checkpoint. Also, du kannst dich töten lassen. Oh, super. Guck, du bist hier. Alles klar. Was muss ich hier machen? Ähm, du musst den links nehmen. Jetzt hast du kaputt gemacht. Gut. Mach den nicht kaputt hier. Ach, da ist ne Kette. Kann ich mal, äh... Hier, nehmen wir mal den Zauberer und mach das so. Ich laufe jetzt durch. So, aufpassen. Das könnte ja noch schwingen. Ja. Jetzt musst du den Zauberer nehmen. Oh, so rum. Okay. Da oben, das muss man runternehmen. Was, ne? Oh, super. Oh, die Flaminen runter. Explodieren die? Die rattern so. Die ist runtergefallen. Wie geht's denn hier weiter? Das war eine Falle. Kannst... Ja, hier kann man runter. Hier ist auch ein Checkpoint. Oh, ich brauch den Krieger. Da ist er ja. Zack. Zack. Da oben ist ne Flasche. Ich weiß... Ah, du kommst da hoch als Dingens. Als Bogenschütze kommt man da hoch. Ist der frei? Ja, ne? Ja. Ich kämpfe grad... Ritter und Rüstung. Naja, Ritter und Rüstung wäre irgendwie ein bisschen sinnlos. Ne, geht doch nicht. Weiß nicht, wie man da hochkommt. Keine Ahnung. Wo? Da oben. Ist ein Loch. Aber man kommt doch nicht hoch. Warte, wenn ich den Ding ins... Genau. Du hast ihn. Dann könnte es vielleicht gehen, oder? Ja, es geht. Was macht der denn hier? Ist schon tot. Muss die hier hinkommen. So, jetzt... Warte, geh mal gerade da weg. Würfel, genau. Und dann schlägst du dich da drauf. Mach mal hier die Kettenreaktion. Ja. Zack. So, Wasser. Noch mehr Wasser. So. Und da unten... Fliegen wir irgendwie runter. Ach, da drüben müssen wir hin. Aber hier unten geht's weiter. Oh, hier ist eine Mine. Oh, hab ich nicht gesehen. Schaff ich nicht. Soll ich den mal betätigen? Schaff ich nicht. Weiß ich nicht. Mach mal. Da oben steht ein Skelett. Vielleicht kann ich das von hier oben... Von hier unten töten. Ich weiß nicht, wie ich jetzt weiterkommen soll hier. Warte. Ja. Hab's getroffen. Da oben geht's Tor jetzt auf. Okay. Und da wird wahrscheinlich ein Endgegner sein. Lass uns mal bis zum Dingens gehen. Wie heißt es? Bis zum Punkt da oben. Ich bin da schon gewesen. Beim Punkt? Mhm. Ich müsste ja auch noch hochkommen, ne? Warte. Geht's hier oben weiter? Ich komm nur nicht hoch. Ich hab ein Geheimnis entdeckt. Ja, schön. Kann ich dann auch mal vielleicht den Dingens haben? Ach, das ist nicht zu ziehen. Schade. So, und jetzt müssen wir zum Punkt da drüben hin. Oder wie? Hast du den berührt? Gut, das heißt, wir können jetzt auch hier erstmal Ende machen, oder? Ja. Macht Sinn. Hier ist es gerade ein bisschen sicher, oder? Genau. Gut, dann würde ich sagen... Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen... ...wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss.